Schau You would wait and watch for far away But you always knew that you'd be the one to work while they all play You, you'd lay away, get out of scheme Und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Lunde, zu einer neuen Lunde Lücher-Plelican Die hoffentlich besser läuft als die erste Ja Das ist Grundvoraussetzung Ich glaube, der die ganze Zeit wird von Schurima Schurima Das ist doch kacke Der Skil ja das WB automatisch bei Schurima Ja, jetzt habe ich das zweimal gespielt Ach so Pech Würde ich sagen Einer ist anscheinend, ach doch, der ist das Den noch nie gespielt, wie immer Wie von der auch Kriege ich nichts, was ich schon mal gespielt habe So, das macht das Ich muss erst mal gucken, wie er jetzt nochmal geht Ich muss erst mal gucken, wie er jetzt nochmal geht Ich muss erst mal gucken, wie er jetzt nochmal geht Das ist die Heilung, oder? Dann hinter die laufen und dann weh, dass sie zu uns fliehen Nicht, dass sie bei den Gegnern Das ist die Heilung, oder? Dann haben wir ihn Das war doch nicht Das ist die Heilung, oder? Ja, ich kann dir jetzt noch nicht sagen Als Niederli habe ich jetzt mal ein Push geschossen Damit sie schneller wegrennen kann Ja, danke Blitz Manche Leute glauben auch nur, weil sie hocken können, dass sie dann gleich gestand sind. Ich muss erst mal noch den Autos mitmachen. Also, wie man sieht, diese Runde läuft viel besser. Ja, 1-4. Wir haben aber auch ein bisschen Spaß mit den Champions. Mein Idea kann bestimmt super stark sein hier. Aber... Oh je, oh je, oh je. Ich glaube, ich... Ich glaube, ich muss noch mal einen Crew und gar nicht mehr die Autos von dem Soldat. Ich weiß nicht, ein bisschen... Ich weiß nicht... Ja... Dupi dupi dupi. Oh, was war das? Oh, was war das? Ja, ja, ja! Kannste, aufgehen. Kannste, aufgehen! Kannste, aufgehen! Ach, was? Natürlich! Ich wusste nicht. Ich habe mich über Blitzrein gefreut, aber... Der ist auch nur schlecht. Wenn sie einen Tower Down haben, fängt sie immer wieder auf. Genau wie ich sagte. Wir werden sehen, ob Garen im Late Game noch ist. Oh Gott. Es ist auch da wie ein Falter, ne? Mhm. So lange liegt sie da mal. Nein, ja. Dann können wir diesen Champion gar nicht anfangen. Ja. Ja. Da den schon wieder. Ich habe mich schon gefragt, was er da macht, denn da habe ich die Haltung gar nicht so im Kopf gehabt. Ich habe mich schon gefragt, dass er sich die nimmt. Ihr seht, es klappt super. Nicht wahr? Ja. Wirklich, wirklich. Ich habe mich schon gesagt, was ich mache. Ich wusste nicht, dass da Ulti automatisch sein wird. Jetzt weiß ich es. Das war er. Da ist halt... oder die ist geklappt. Warum hat er denn mir UD gegeben? Hier hat er auch 5-1. Bestimmt hat er es gar nicht freiwillig gehen. Wollt ihr denn da schon nicht gehen? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Ich bin der Schlag. Ich bin der Schlag. Tsch-sch-sch-choo! Oh, sorry, sorry! You have slain an enemy. We will unearth what has been lost. I will not pull her! Hey! Join me and be elevated. Your turret has been destroyed. Your turret has been destroyed. Your turret has been destroyed. Your followers go, John! Ah, so n shies. Fuck. The ascendant shall guide humanity to greatness. Oh, oh, oh. Oh, ich hab 3.000 jahne Gold. Yay! Hast du noch nicht geschafft? Äh, doch. Aber jetzt habe ich 4 gekriegt. Achso. Glaube ich 4. Achja, Ablehnzeitfolge noch mal. So war das. Hm, 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 hm. Achso, das war, hm. Das war kurz noch 30 Monate, das geht aber am schnell. Ja, ja, ja. Und wir verlieren hier, wenn wir. Also, dass wir einkaufen gehen, nichts besseres zu tun haben. Ja, kann ich mir tot sein. Nicht auf keinen Fall. Die ist schon wieder so. Wollen wir auch eben unter Ihnen zu sehen. und die war ja nun auch ich drücke doch auch wieso kann ich nicht zu den Samttypen hingedöselt werden ich war doch in Reichshalte und der Dingster der ignoriert komplett rein ich kann schon wieder nicht tippen sein bitte stopp retro ouch holy normal 1992 Ja, war auch ein gutes Team, wenn die geht, ja? Ja, die immer, wir nicht. Ich war immer irgendwie so eine scheiß Champions, die ich noch nie gespielt habe. Der Dumpel. Ich habe mich noch nicht mehr in attendance. Ich bin ein Teil der Umgebung. Ich bin ein Teil der Aufmerksamkeit. Ich bin ein Teil der Aufmerksamkeit. Ich bin ein Teil der Aufmerksamkeit. Es geht darum geht es. Oh nein. Ich bin ein Teil der Aufmerksamkeit. Das hat er aber so gedacht, der ... komische Vogel. Oh, das hab ich mir nicht so gedacht. Den scheiß Hauer greift nicht immer den Dings an. Ey, mein scheiß Hauer greifen immer kurz. Aber mir nicht. Wollen wir auch Gold geben. Man kann nicht alles aus. Lins dich jetzt gar nicht mehr so scheiße aus wie vorher. Immer noch scheitern? So scheiße. Klar. Gib ihn noch Ulti. 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 Ulti wahrscheinlich. Er blickt mir nicht so glaubhaft. Es soll nicht sein, dass er weiter nicht an die Ulti äh Kuh stirbt. Ist er nicht wie Ulti. Ja. 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 Ich kann ihn nicht so. Ich hab ihn jetzt. Ich spiel jetzt glaube ich das zweite Mal. Das erste Mal gegen Wotz. Ne einmal wie in der Mitte gespielt. Das ging eigentlich. Aber den Haar haben. Schwierig. 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 Ja. Ein bisschen. Es ist halt so mit diesem äh Kuh. Du hast ihn ja auch schon mal gespielt. Glaub ich gegen Wotz. Ja. Kurz ausprobiert aber. Hat ihn gar nicht. Mit dem Q und dann der E aber vorher das W und dann machst du nur ein und dann machst du zwei und dann machst du auch dann so. Ja. 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 In der Mitte zu sehen. Ach man. Solche Scheiße. Jede ist mal so n' Kack. Ich hab ihn noch angedehnt. Oh, warum bin ich hier ausgedreht? Das weiß ich gar nicht. Das weiß ich jetzt nicht. Irgendwann kriegt sie dich. Ja. Snyderlein. Ich bin nicht erinnert, der uns noch Movementspeed geben darf. Dieser Champion, der ist so un... Ich habe nie sowas dummes gesagt. Der heilt nicht, der macht keinen Schaden, der kann ja gar nicht. Der heilt voll viel. Und Tank kann auch nicht, der ist voll schwach. Hallo, oder du? Ich würde ja noch viel zu, äh, achte, so können wir nicht mehr schaden. Aber halt nur in Ruhe. Das ist ein Troll. Oh, warum hat er mir kein Ugi gegeben? Ich hätte die auch gern. Äh, macht den ja meistens Schaden. Der Mann kann doch noch reingehen. Der Mann kann doch noch töten. Jetzt nicht mehr. Nee, besser nicht. Jetzt dort gehen. Ich verstehe mal, die Leute, die erst nicht reingehen, wenn sie noch reingehen könnten. Und dann reingehen, wenn sie eigentlich schon lange... Juhu. Wenn sie schon lange weggehen sollten. Den Engelhimmittag zu verlieren, ist aber auch nicht gewissermaßen. Oh, dieses Vieh ist auch nochmal arschlensam. Er ist nicht, er kann gar nichts. Das ist nicht so. Ich habe immer so eine Deppelschampung. Ich habe immer so eine Deppelschampung. Ich habe immer so eine Deppelschampung. Nein, aber der Bereich ist schon relativ groß. Und du kannst auch noch ein bisschen drüber springen. Das ist dann auch egal. Oh, der Gegner nicht. Ja. Das ist dann noch so. Jetzt hat sich die Angelegenheit. Seid ihr hier reingetiert. Damit ich... Ah, ich habe gemerkt. Ah, ich habe die Einstieg. ja aber auch die in der Fläche vorwiegend jahre ich bin ja ich hätte ihn überraschend bist du wieder ich will das haben mit dem aber ich dachte dass ich das gute scheiße die eigentlich gut ist aber in diesem Team hier zurzeit nicht immer schon mehr aber ein Wo ist der letzte? Ist eh schon zu spät, eh schon zu spät. Wieso? Jetzt kriegst du keinen. Ach so, starten wir jetzt für das Spiel. Ja, für das Spiel auch. Glaubst du immer, weil du viel getötet hast, ich habe mehr. So, ich glaube jetzt noch eine Stunde hinterher, weil ich den Intriger... War zu einer Schule. Ich habe auch kein Gold. Jetzt soll ich die Eierschuhe machen. Wenn ich nicht Gold hätte, ja. Ich habe da keine Türme, die mehr Gold geben. Dann noch mal ein Worm. Dann in den Knappn, die sich die Eierschuhe machen. So gut. Die Knappn sind in diesem Knappn, die sich die Eierschuhe klingelt. letzten chinesen Weihung warum nein ich wollte es doch nicht noch machen manchmal klickt und so ein heißes Leben Kanzler hier werden Oh man, alle sterben, wir erraten. Oh man, diese scheiß Champions dazu hat nichts Nütze. Ich hoffe, der ist free to play und den habe ich nicht noch wirklich... Ich weiß nicht, ob der in den Eindruck das schon gemacht hat. Stimmt, dann muss ich jetzt das Paket verkaufen. Wieso scheiße? Kannst du überhaupt noch? 315. Ich kann nicht mal... So kann ich mein E nicht benutzen, obwohl da genug sind. Das verstehe ich halt nicht. Manchmal kann ich mein E einfach nicht benutzen. Der blitzt mit Magda eins. Zuerst bleibt er stehen und dann... Was macht denn den? Zuerst bleibt er. Tau, tau, tau. Versuch Rice mit W weg. Oder was ist deine? Sehr effig. Lass mich verarschen, wie soll ich denn das machen? Das Vieh hält ja nichts aus. Du musst, während du fliegst, mit der W eigentlich von deinem... mit deinem... ja, mit deinem Weg fliegst. Du musst und reinführen. Tau, 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 tau. Ja, aber... Tau, 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 tau. Du musst dir nicht gewinnen lassen lernen. Monat, hätte ich dir das nicht gewinnen lassen können? Den wissen, warum? Ja, ich bin noch nicht. Kau, ich weiß nicht. Ich hab' den denn hier aus. Hä? Wo kommt denn der denn zum Yacht umher? Oh ja. Grapp ihn doch blitz. Der macht doch eh nichts. Ich grappe da nie mehr. Der macht ulti blitz. Ulti. Eh, nicht auf Niederli, auf Pantheon. Hat er jetzt auch nur gemacht, weil er an die nicht mehr rangekommen ist. Eigentlich hätte ich das mal vorher machen sollen. Weil man weiß, dass man die Niederli so nicht kriegt. Außer man hat Grapp und den jetzt gerade gemacht hat. Aber ich glaube, 14 Sekunden Abteilzeit, das hat nicht mehr. Genau, so. War doch perfekt. Ach, krack. Was ist das? Deswegen ist er jetzt tot. Ja, das klingt doch jetzt gut. Das sagst du. Ist die Zeit für das. So, außerdem wir fast jeden Kampf gewinnen. Wenn wir noch ein bisschen viel kamen, die Arribita bald mal wieder kriegen. So, jetzt nicht totschüss. Das kann das halt so gut machen. Ja, das bin ich jetzt nicht. Was ist das? Nicht nur Tristanor zufrieden. Ah, da ist einfach Darmatoren. Ah, da ist einfach Darmatoren. Da ist einfach Darmatoren. Da ist einfach Darmatoren. Ja, da ist einfach Darmatoren. Da ist einfach Darmatoren. Das ist einfach Darmatoren. Oh, hier ist kein Endempunium. Das ist einfach Darmatoren. Nichts mehr. Nichts mehr. Nichts mehr. Sobald ich im Gefängnis bin, kann ich ihn mal eh benutzen. Aber andere können wegbleiben, wenn sie im Gefängnis sind. Ja, das ist wirklich. Ja, das ist wirklich nicht so. Aber jetzt mich doch hin. Lach nicht so doper. Oh ja. er hat uns auch nicht viel getan 20 10 hat er kann man sich nicht mehr naja nehmen wir uns in der nächsten hoffentlich besser laufen das dann hoffen die scharfe